Im Sport verändert sich alles, ständig. Aber was ist mit der Art, wie und wo wir ihn gucken? Ich fühl what the f*** beim Grillen und OMG im Bus. Special oder Normal One will ich beide, und zwar bei mir im Wohnzimmer. Und Levers Weltklasse will ich auch in Weltklassequalität sehen. Zeit, dass Sport sich nach mir richtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017